Alte Drecksau. Händ da Gittern mit dir. Galloway, Homicide Division. Badge Nummer 564. Go ahead, Detective Unit. We can get Ray Pinker and a technical services team to a house at 130 North Bonnie Bray Street. Send someone down from Juvenile Hall to look after a young lady. Roger 11K. Inform Detective Phelps, set the coroner as required waiting. Police work downtown when he's available. Got it, KGPL. Warte mal, wir können noch mal ans Telefon. Machen wir das grad noch mal. Kannst ruhig hocken bleiben. Ich möchte noch mal kurz gucken, wir können ans Telefon gehen, mal gucken was da, was da, was da ist. Haben wir ne Nachricht oder so? Phelps Badge 1247. How can I help Detective? How can I help Detective? I need an address on a Belmont High School. Checking for you Detective. Belmont High, 1575 West Second Street. Thanks. Goal. Okay. Das klingt nach einem Plan. Aber da müssen wir eigentlich, müssen wir da gar nicht hin. Weil es hat sich ja eigentlich so gut wie alles schon geklärt, ne? Hoffe ich. Wir gehen erstmal zum Leichenschauhaus. Die Geschichte mit dem Belmont High, das ist okay. Wir haben eigentlich im Grunde genommen, ist ja alles klar. Also natürlich müssen wir ihm noch final den Mord nachweisen können, aber die blutigen Schuhe, die falsche Schuhgröße die er angegeben hat. Ich bin überrascht, du wissen. Ich habe nicht den Mannen gemacht. Ich habe immer den Mannen gemacht. Ich habe immer den Mannen gemacht, Phelps. 9x aus 10 ist die größte Person zu dem Vick, der macht das D. Gott weiß, dass ich ein paar Wiese in meinem Leben wollte. Lex parsimoniei. Was? The Law of Parsimonie. Occam's Razor. The simplest explanation is most likely the correct one. You know, you could have said that without getting all liturgical ideas. I'll try to dumb things down from now on. Appreciate it. Try this one on for size. Rusty's Razor. How's that go? You blame the guy that's banging her. Ah, of course. The famous Lex Ignoramus. Close his cases, Colt. Puts a lot of people away, that one. What? Any central unit possible 288 at Belmont High School. 1575 West Second Street. Stand by for further unit to handle, identify code 2. 11K to KGPL. We'll take the 288. Go ahead with further. Warte mal, was sollen wir jetzt machen? Orte, Schleicher verhaften? neues ziel schleicher verhaften wo ist der jetzt wir müssen okay wir müssen doch zu highschool wir müssen doch zu highschool irgendwas ist da los wir müssen doch erst zur highschool da ist ein möglicher 288 ich weiß nicht was 288 ist keine ahnung aber es hört sich wichtig an und ich glaube da sollten wir vielleicht zuerst hier gehen ich weiß nicht wo die highschool hier ist ich habe keine ahnung schauen wir irgendwo links wir müssen weiter nach links wow 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 ich hebe ab hier ist es hier ist es da ist der sportplatz vorsicht 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 die herrschaften belmont high school das war Was sind wir denn hier? Na, bleib mal stehen, Kollege. Oh, Rollrasen, cool. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Aber der ist schnell, der Penner. Oh, da drüben ist er. Der ist aber ganz schön schnell. Na ja. Oh, er wird langsamer, sehr gut. Kann den nicht mal jemand anfahren oder so? Komm, 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 komm! Komm, 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 komm! Es ist ein Bock! Ich bin der Spier-Tackle Goldberg. Was? Car 11K, Car 11 King, come in. 11K, go ahead. 11K, see the janitor. A green 1946 coupé registered to a Mrs. Hugo Mohler has been found in the parking lot adjoining the Belmont High School and playing fields. 11K code 2. Das ist das. Was ist dein Name? Wer ist das? Wer ist das? Wir können das einfach oder das einfach nicht machen. Mein Name ist Eli Rooney. Du warst mit dem Lawen vor, Eli? Some. Was machst du hier? Ich möchte die Augen auf den Schönen. Strictly paternal, ist es, Eli? Don't sass mich, boy. Eine Frau wurde abduktet hier letzte Nacht, Eli, und murdered. Und ich würde gerne für dich für das, du Lokey motherfucker. Ich würde nichts wissen über das. Eine Frau, du sagst? Ich mag sie ein bisschen jünger als das. Mach deine Pocken, Eli. Warum würde ich das? Ach, hör auf. Der hat die Brosche. Und er hat auch ein ziemlich dreckiges Jackett. Vielleicht stecken die da beide mit drin, wer weiß. Welche Zeit sah du, die Person parkt das Auto? Lass letzte Nacht, nach der Schule-Social, vielleicht um 1 Uhr. Ich habe es gut ausgelassen. Wir hatten Probleme mit dem Kindesmolester. Eli Rooney. Wir haben ihn kennengelernt. Verrückter Sonne. Er war hier gestern, bevor der Tanz. War es ihn, die du das Auto parkt das Auto? Ich weiß nicht, Herr. Ich würde sagen, ja, aber die Wahrheit ist, es war ziemlich dark. Würdest du sagen, Rooney ist violent? Ja, Herr. Ich würde sagen, ja. Danke für deine Hilfe. Wir können uns das Auto ein bisschen genauer angucken, ne? Hm. Oh, warte mal. Alles klar. Da ist das Seil. Alles klar. Und wieder so eine Stange als Mordwaffe, ne? Es ist von einem Chrysler. Es könnte sehr wichtig sein. Und wieder von einem... Wieder von einem... Wieder von einem... Wieder... Wieder so ein Ding. Die Overalls sind HM. Malaria ist eine Mechaniker. Ich warte, was Eli für ein Leben tut. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Wir waren noch nicht fertig, glaube ich, ne? Okay. Doch. Warte mal. Warte mal. Okay. Das haben wir schon gesehen. Äh, jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Na, das kann ja auch gut sein. Das muss ja nicht immer nur einer sein. Es können ja auch zwei gewesen sein. Wer weiß das schon? Wer weiß das schon? Ei, 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 ei. Phelps, Badge 1247. Wie kann ich helfen, Detective? Wie kann ich helfen, Detective? Ich brauche eine Interrogation in Central für beide Suspekte, die in dem Mahler-Homicide-Kase beitragen werden. Sicherlich, Detective. Ich werde mit dem Watch-Kommandor in Kontakt kommen. Danke. Ich sage, wir machen Rooney für das. Ich denke, wir sollten es auf ihn legen. Er war nahe der Auto, er hatte unsere Jewellen, die DA-D. Wir lieben ihn für ihn. Auch wenn er es nicht getan hat? Wer weiß, ob er es getan hat? Du hast Kinder, Phelps? Er muss sich permanent aus dem Weg genommen werden. Und wir lassen Müller-Homicide? Für einen Moment. Er wird eine Freie-Passe für mich. Ich weiß nicht, ob es geht. Sorry, keine Zeit, wir müssen gerade Fälle lösen. Ich bin ganz ehrlich zu euch, ich kann es euch nicht sagen, wer da jetzt irgendwie... Ich habe keine Ahnung, es ist schwierig. Ich meine klar, Eli Rooney ist natürlich eine Dreckzau, ist ein Kinderschänder oder wahrscheinlich. Aber wenn er den Mord nicht begangen hat, dann können wir ihn nicht für den Mord einbuchten, das ist ganz klar. Und ich bin auch eher bei Phelps und sage, mir ist dieser Moller sehr, 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 sehr suspekt. Wir haben eigentlich alle Beweise in der Hand, um ihn jetzt sofort einzubuchten und hinter Gittern zu stecken. Hat versucht, Beweismaterial zu verbrennen und so weiter und so fort. Und Eli Möller ist eine Dreckzau, ohne jede Frage. Aber wenn er halt kein Mörder ist, ist er kein Mörder. Aber ohne jede Frage sollten wir ihn auf jeden Fall wegen Kinderschänderei hinter Gittern bringen. Da bin ich auf jeden Fall absolut dabei. Aber wir können ihm halt keinen Mord anhängen, wenn er keinen begangen hat. Na, schauen wir mal, was es im Leichenschauhaus gibt. Die Musik ist nur ein bisschen aufdringlich. Nur ein kleines bisschen aufdringlich. Na, da wollen wir doch mal schauen. Viewing Gallery. Ach, hier müssen wir wahrscheinlich hin, ne? Helps, Rusty, danke, dass du gekommen bist. Okay. Könntest du die Schäden, die wir gebacken haben, und sehen, ob sie ein Match sind? Natürlich. Es wird alles im Report, aber ich glaube, du willst jetzt die Details? Ja. Die Konsequenz der Tod ist die Strangulation? Verrückt. Schau mal an die Sample auf der Bench. Was könnte das hier sein, oder? Was ist das so? Ja. Aber Ray sagt, dass sie oftmals als bellen Robes benutzen sind in Kirchen. So are wir suchen für einen Sailor oder einen Minister? In meiner Erfahrung, Sailors seem zu haben die größere Libido. Was Mrs. Muller criminally attackiert? No external oder internal traces of semen. Thanks, Ma'am. Wenn man etwas anderes kommt, können Sie uns wissen. Na, ich weiß ja nicht. Wir haben doch eigentlich das Seil schon gefunden, mit dem sie ermordet wurde, oder? Naja, mal gucken. So, auf zum Zentralrevier, wa? Jetzt meht da draußen jemand seinen Rasen, das kann ja auch nicht wahr sein. Ich hoffe, man hört das in der Aufnahme nicht. Warte mal. Ja doch, ich glaube, man hört es. Ja, also da draußen miet grad der Nachbar Rasen. Ich hoffe, es ist nicht allzu störend und laut. Carruthers ist ein guter Mann. Professionell, beruhigend. Wenn du mit einem Pro-Trader wirst, ist es leicht zu verlettern, die grimmen Realität der Typ. Funny job, da. Cool nurse. Wie so? Well, du willst, ich nicht viel Spaß haben, der Job zu machen. The falschen Kind der Mann kann immer so leid sein, wenn du einen Sack verletzt hast. Rusty, das ist wie ein bisschen aus den Pulsen. Hast du ihn auch mit den anderen Mal? Ich dachte, du bist immer zu viel zu schütz, um durch ein Magazin zu schaden. Wenn ich ein Augenhöhe und schreie, kannst du auch den Pritt einfach entfernen. Er sagt, wir sind in der Gruppe und der Blut ist good luck. Dieser Typ, ey. Ok, wir haben zwei Verhöre zu führen. Einmal mit Herrn Moller, der seinen Staff verbrennen wollte. Und mit Eli Rooney. Es ist besser nicht so hoch auf mich und hier, Phelps. Wir arbeiten mit dem Verhörungsfest. Lass ihn mit dem Rest. Ok. Hier ist, wo wir stehen, Hugo. Dein Nachhinein hörte die Schreie aus deinem Haus. Du brennete deine Blutstained-Schuhe. Du hast niemanden, der deine Wartezeit konfirmieren kann. Deine Daughter sagt, du bist ein violentes Mann. Wir haben alles, was wir brauchen, um dich zu der Todesruhe zu senden. Und all you have to say for yourself is, I didn't do it. I swear, I didn't kill her. Give me that lie-test, I can prove it. Hör auf Scheiße zu labern, Junge. Hör auf Scheiße zu labern. Why did you burn your shoes, Hugo? Because I knew you'd never believe me. Are you gonna tell me what I wanna know? Or do we have to take it out of you in lumps? Er macht es uns nicht leicht, ne? Er macht es uns nicht leicht. Do you know anything about ropes, Hugo? As much as the next man. I was a scout. I learned some more in the army. Na ja, gut, das glaube ich ihm schon. Do you know anything about braided ropes? Some. They're mainly used for, um, mooring lines, hausers, you know, that kind of stuff. We don't have much use for them in the machine shop. We use chain hoists. Der ist halt Kfz-Mechaniker, da hast du eigentlich wenig damit zu tun. Aber damit hat er vielleicht was zu tun. Deine Wirt hat er mit einem Tireiron, Hugo. Eine appropriate Wahl für eine Mechaniker. Ich weiß nichts über Tireiron. Das ist Bullshit. Haben wir irgendwas? Seilmuster, Fehlende Ringe, Arbeitsstiefel, Alibi, Schmetterling. Aufrolls. Lass mich was probieren. You're lying, Hugo. You're gonna have to come clean on this. You got no proof. Deine Wirt hat einen Chevrolet, Hugo. Was für ein Auto fahren sollst du? Ein Chrysler. Ah, ja. Ich glaube, das erklärt, warum das Tireiron, das deine Wirt hat verletzt, kam von einem Chrysler. Sehr gut. Okay, die ersten beiden haben wir falsch. Scheiße. Wir haben deine Wirt gefunden. Niemand hat es in der Schule late in der Nacht. Hast du etwas über das zu sagen? Das war nicht ich. Wo stehst du deine Arbeit in der Klappe? Ich stehe sie in meinem Lager. Nein. Enough lies, Hugo. Your overalls put you at the scene of the crime last night. My overalls are in the laundry of my house. Nein, es ist nicht. Schatzi, hör auf mich anzulögen, Mann. Green overalls, Blutstain, mit den Initialen HM, gefunden in dem Trunk of your wife's car. Sie können nicht meine. Warum, Hugo? Weil wenn sie deine waren, würden sie auch in der Incinerator sein. Ich gehe gerade nochmal. Ich möchte mir anhören, was der andere zu sagen hat. Wir haben wieder einen Intuitionspunkt dazu bekommen. Das ist sehr gut. Wir hören uns mal gerade an, was dieser Eli Rooney zu sagen hat. Ich kann mir zwar nicht... Also, die Beweislast gegen diesen Hugo Miller ist bedrückend. Also, du kannst eigentlich gar nicht... Also... Nee. Wo ist denn der andere Interviewroom? Duty... Haben wir hier nicht noch einen? Ja, also wie gesagt, die Beweislast ist absolut maximal bedrückend. Ah, hier ist der andere Interviewroom, okay. Ähm... Also, du... Du kannst gar nicht noch mehr Beweise gegen dich haben. Das geht eigentlich nicht, ohne beschuldigt zu werden. Aber ich möchte mir trotzdem noch anhören, was dieser Eli Rooney zu sagen hat. Warte doch nochmal. Wir waren auf unserem Weg zu Interviewen Eli Rooney. Ja, Phelps, ich weiß. Diese besondere Fiend ist eine alte Beinung. Ich habe versucht, zu reaffirmieren seine Verrückung in ein Rathvoll und Terrible God. Whichever way es geht, ich werde mit dir persönlich beschäftigen. Okay. Aber was habe ich gehört? Du hast mich gefragt, du hast deine Beinung, du bist? Du bist auf dein Glück, Eli? Ich habe es worse. Mein Familie hat roadkilled während der Dust Bowl. Aber du hast eine Arbeit. Ein Parolee muss eine Arbeit haben, korrekt? Ich habe eine Arbeit in San Pedro. Ich habe etwas Neues. Das wo du arbeitest hat eine Name? Hennessey Marine. H.M. Du kannst nicht misspricht, die große Liedelung H.M. Sie geben dir ein Workware, Eli? Sure. Green Coverall. Das Ding war Das kann doch nicht wahr sein, jetzt hat er, ach komm ey, nie Vielleicht auch Hm, noch was probieren? Wir können es probieren, aber ich glaube es ist falsch Ne, das war falsch Ich kann mir nicht helfen, aber seine Gesichtsausdrücke und so weiter, also ich kann mir nicht helfen, aber ich, das ist für mich nicht der Mörder, ich weiß auch nicht warum, keine Ahnung Ach, Pisse Ich hätte ihn gleich bedächtigen sollen, es war so klar, die Beweislast mal ertrücken, ich hätt's, ach das war dumm Jetzt haben wir ihn gleich, ja Aber nicht, ach das gibt's doch gar nicht Das gibt es doch gar nicht Ich hätt ihn gleich verhaften sollen, ne, das war unnötig Scheiße Ja, mein Freund Ich habe zu sagen, ich bin froh, ich bin froh Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh Ich bin froh, ich bin froh Ich bin froh, ich bin froh Wo war jetzt das Problem? Wir haben nicht viele Fragen richtig beantwortet, also richtig geantwortet, ja das stimmt Das ist schon, das ist schon richtig Aber, wo war denn jetzt das Problem? Versteh ich nicht Ihr wisst, ihr wollt, die Prisner? Ich weiß, dass sie so gut sind Warum sie so sollen sind? Sie fragen, warum wir noch nicht zufrieden haben? Es gibt keine größten Schmerz als zu zufrieden Das ist ein Schmerz, ich weiß, was er hier ist Was er ist? 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 Was er? Was er ist? Was er ist? Sie haben ihn gesehen Er hat einen Schmerz in den Kopf Es war nur um ihn erinnern Er hat ihn von seinem Platz geplant. Sein Schmerz war der Tonne von der Sprache. Ich respektiere den Jappanischen, Corporal. Respekt? Wir sind hier, um die Sons von Bitches zu töten. Do you know, warum wir die Jappanischen, Private? Mit Respekt, Sir. Die Bastards verletzten Pearl Harbor. Und warum verletzten sie Pearl, Private? Weil sie die USA lieben, und unsere Weise zu leben. Sie verletzten die USA, weil wir ihre Öl verletzten. Was würden wir, wenn ein anderes Land uns die Gas verletzten? Der Seidenstrumpfmörder. Der Seidenstrumpfmörder. Der Seidenstrumpfmörder. Der Seidenstrumpfmörder. Ah, Phelps. Ich war gerade mit Finnbauer hier, wie gut du warst. Hör einen Seat. Hä? Bist du Schietzo oder was? Und du kannst einfach alles vergessen. Was? 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 So. Da sind wir auch schon. Und in der Tat, es wird immer näher am Zentralrevier, ne? Das ist unfassbar. Was? 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 Wie geht das? Was? 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 Wir sind bereit. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.